Das ist Unterhaltung, dieses sich über Regeln hinwegsetzen und dieses Auflösen. Thomas Gottschalk, ja ist der nicht ruhig zu bekommen? Nein, offensichtlich nicht. Das Publikum will ihn, die Quoten beweisen es. Höchste Zeit also, sich mal mit seiner Körpersprache, mit seiner Kommunikation zu beschäftigen. Gleich vorweg, er ist so etwas wie der Vorläufer der YouTube-Generation. Also die YouTube-Stars, viele von denen bewegen sich sehr exaltiert und sprechen direkt mit dem Publikum. Fehlende Transparenz ist nicht der Punkt an der Diskussion mit dem Chef des Restaurants gegeben, gerade wenn man an Wirtschaftsuni ist. Das war damals nicht üblich. Man hat immer in dritter Person gesprochen. Das heißt, ein Interviewer hat dem anderen die Frage gestellt, das Publikum wurde da selten mit einbezogen. Nicht so Thomas Gottschalk. Er bekommt eine Frage von Frank Elstner, antwortet ihm kurz und wendet sich dann sofort den Menschen im Saal in der Halle zu. Und er war hier mal Lehrer, oder? Ja, ich habe zumindest Lehrer studiert, aber ich habe es also nicht ausgeübt, schon gar nicht in Augsburg. Hättet ihr mich genommen, ja? Ja, da entsteht natürlich eine starke Bindung. Das Zweite, er zeigt enorm deutliche Signale in seinem Gesicht. Er nickt sehr viel und wir schauen uns einmal sein Lächeln an. Leute, so geht ein Lächeln. Das heißt, es muss deutlich sein und dann gibt es kein Missverständnis. Vergleich dazu, Frank Elstner, sehr ruhig, sehr zurückhaltend, wie es damals üblich war. Damals galt wohl eher, nur ja nicht aus dem Rahmen zu fallen, nur ja nicht das Publikum zu sehr zu irritieren. Thomas Gottschalk und der Humor, der ist etwas Besonderes bei ihm, denn er bezieht immer den Humor oder den Witz über sich selber mit ein, also die Selbstironie. Wir sehen es hier an diesem Beispiel. Ob Sie schlau sind, ob Sie dumm sind, ob Sie alt sind, ob Sie jung sind, es ist mir völlig egal. Solange Sie mit mir Spaß hatten, solange ist das in Ordnung. Vertrag erfüllt. Nicht nur Vertrag erfüllt, sondern das ist das Einzige, was ich kann. Ich war ähnlich nämlich in Mathematik wie du, aber ich habe es weitergebracht. Ja, das wollte ich. Zuerst macht er sich selbst ein wenig kleiner, um danach sofort eine kleine Frechheit abzusetzen. Ich bezeichne das immer als die 3 zu 1 Regel. Also mach zuerst drei Witze über dich selber, bevor du einen Witz über andere machst. Dann ist da nämlich niemand böse. Und ich hatte das Glück, bei einer Veranstaltung aufzutreten, wo Thomas Gottschalk auch direkt nach mir aufgetreten ist. Wir sind uns hinter der Bühne begegnet und das Erste, was er macht, er macht einen Witz über sich selber, bevor er einen Witz über mich macht. Worüber? Natürlich über unseren Großgrößenunterschied. Ich glaube, er ist circa 15 Köpfe größer als ich. Aber sein Humor, der wandelt eben auch immer an der Grenze. Und schon oft ist er über die Grenze drüber gegangen. Besonders aus heutiger Sicht. Wir sehen hier, wie er einem Jungen auf den Hinterkopf schlägt. Das sieht besonders aus heutiger Sicht zumindest zweifelhaft aus. Wir kennen ihn, wie er auf der Bühne gesessen ist. Sehr, sehr breit. Als wäre er bei einer urologischen Untersuchung. Schickt sich auch nicht so gut. Und ich glaube, er ist schon oft kritisiert worden für sein Grabschen und sein Betapschen. Dabei wurden meist die Frauen natürlich in den Fokus gestellt. Also die Frauen, die er betatscht hat. Man muss ehrlicherweise sagen, er hat auch Männer betatscht an den Schultern, an den Knien, an den Unterarmen. Aber insgesamt nehmen ihn das die Leute wohl nicht im überwiegenden Maße böse. Warum? Weil er es dermaßen offen macht und dermaßen direkt macht, dass man da wahrscheinlich unterbewusst wenig Zweifelhaftes rein interpretiert. Also das ist jetzt kein ihn in den Schutz nehmen, sondern nur ein Erklären, warum man ihm das so wenig übel genommen hat. Sprachlich ist er übrigens auch geschickt. Er ist sehr schnell im Antworten. Was heißt unternehmungslustig auf Schwedisch? Unternehmenslästerkeit. Früher standen da 30-Jährige, haben den Zettel hochgehalten. Ich will ein Kind von dir, heute stehen da 30-Jährige. Uda, ich bin deine Tochter. Ein wichtiger Tipp. Damit behält man natürlich die Oberhand. Und das Zweite, er kann mit Dialekten unglaublich gut umgehen. Das ist der Korbinian Albrecht, der Hans Utschnerer. Ander mal Großvater habe ich auch noch gekannt, wie du da, du hast bei dir was die Milch gekauft. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er es im Radio so weit gebracht hat. Zusammenfassend kann man sagen, Thomas Gottschalk hat eines heraus, er kann Regeln brechen. Und das Regeln brechen ist genau das, was einen Menschen souverän macht. Viel zu viele Menschen, Politikerinnen, Politiker, auch Fernsehmoderatoren versuchen immer wieder möglichst souverän, möglichst kompetent und sicher aufzutreten. Und vergessen dabei, dass die Imperfektion das ist, was uns die Herzen öffnet. Thomas Gottschalk beschreibt seinen Erfolg selber. Ich erinnere mich noch, in meiner Laufbahn gab es ja mal den Mogler bei der Buntstiftwette. Da stand ganz Deutschland Kopf. Ja, ich sage das in Unterhaltungssendungen, dass da mal einer Mogel ist doch ganz normal. Das Chaos ist, finde ich, unterhaltend. Und das Weglassen der Regeln, das ist Unterhaltung. Dieses sich über Regeln hinwegsetzen und dieses Auflösen. Also ein Tipp für uns alle, manchmal die Regeln nicht ganz so genau zu nehmen, manchmal eher ans Ziel zu denken, als versuchen, jeden Schritt zu optimieren.